Hallo Fieser Gideon Cool danke So der ist mit safe RIP Kann sogar weiter machen Bisschen zumindest Wenn jemand kommt holt ihn wir einfach Ja Ah man holt das auch pull down wegen dem Pfeil eben Oh leil alter alter Dimo Geil voll drauf Moins Faro Reload mein Name ist Sonny Willkommen auf Raps Play So wollte ich schon mal sagen Boah Leute Ach du scheiße ich hab gar kein Tank Deck hier Geil Nämlich hier Solo Lane Dick So zack So ich muss nach left Mann immer muss ich links wenn ich offline bin Das ist scheiße Obwohl na doch da ist der River so weit unten Das ist nicht so schön Skilled mal den Jump Das ist nerde So der rote Power Ranger hier Ja Jo Hartzumjot was geht ab West Side War gerade War gerade auf ner Karate Andi Konzert Aha und wer hat gewonnen Ja Karate Andi Kennst du nicht Karate Andi Bäh Nix Selfmade Records alter was ist mit dir los Sie zählt stundenlang was ich so bei Selfmade verdiene Wer hab Wen hab ich denn jetzt hier Savorok oder Shinbi Ich hoffe auf Shinbi Ich hoffe auf Shinbi Ich hoffe auf Shinbi Savorok geht mir auf den Sack Shinbi wirst du haben Shinbi werde ich haben Nein Ja hier ist Shinbi Shinbei Kann das sein dass die bisschen gay ist Hitler kann das sein Kann das sein oder Ich bin von Deutschland oder Alter macht die Schaden Okay gegen Shinbi sehe ich alt aus Oh Sonic Ja die reckt sich ja in den Minions wieder hoch Was soll ich denn da machen Irrer E halt ne Ja geil toll ne Die kloppt mich Half-Life und reckt sich hoch jetzt Ja kann ich gleich erstmal schön äh Sprykin bauen Geil Fängt ja schonmal super an Eigentlich wollte ich keinen Sprykin Schauen hoch in den Minions Schauen hoch in den Minions Was machen die immer? Was machen die immer? Die nerven Gott schon ein bisschen Komm mal rechts gucken Ja da kann man sich auf jeden Fall was sneaken Hä? Oh ok Ich brauche Sprykin Ich brauche Sprykin Noch ein Punkt Sehr schön Sehr schön Gold buff Und jetzt muss mir noch ein Eiweißshake holen What the fuck? Mann Eh Wurki Wurki wettet für uns Wurki 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 was ich recht erfahrt warum weiß ich nicht vielleicht einen jungler gesehen nehmen wir diese diese warnung bei vasum blöde sau kom 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 lanze den machen wir ja wo bist du jetzt so früh hochgejagen da ich hab gar nicht gesehen dass du da bist sag doch mal was aber guck auf die scheiß map sag doch einfach was du arschloch satze ups und mit dir jetzt ein camp hier weg goldbuff ist wieder ready in fünf Sekunden kommst du wieder die page hast du ihn ich habe ihn ja gut ach scheiße ok ich hab kein mal mehr wir sollten nicht falten jetzt was hat sie denn gebaut sie baut diese scheiß live ich gehe jetzt mal weg jup oh im river geht was ab komm river komm river ich will so ungern sprike hinbauen alter aber die zwingt mich glaube ich dazu also erupt das kriseln ich bin da links kann geguckt werden sein kann sein dass ich tot bin durch ein usw nochmal aus der weil das steht soweit unten wenn du von unten kommen ich brauche links hilfe die mögliche wer sonst ja eben vielleicht der bach der mittler kann ja auch rotieren eigentlich eigentlich kann er überhaupt machen gegner team und der joint dann rüber ist so kommt jetzt wenig mana die alte ich habe noch wollte aber kein mana mehr also für einen stein oder so war noch nicht mal weg die muri ist hier im river da um lanza da geh doch mit ich kann doch nichts kaufen das ist mein problem ich weiß nicht ob ich sprykin brauche ich will eigentlich noch kein sprykin bauen du bist ja ich bin oben kurz beim revendent gewesen ich versuche es noch ohne sprykin wenn ich ins lategang komme brauche ich die karte nicht mehr murdek 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 ja ich muss kurz wort hier klären scheiße ja gut job weil er macht die schaden so jetzt können wir pushen die politische stimmen rechts rechts ok haben sie jetzt alles bestätigen total wird ja das ist jetzt so richtig woher mich da raus woher mich da raus ja wie denn rechts klingt oh nein mann shinbi ist miss ja wohl ist schon wieder unten im river sind glaube ich am raptor nee nö 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 oh oh hinter uns oh raus da ja scheiße oh wir sterben beide da hat der Kohl gefehlt von links irgendwie warte der Gideon kam einfach ach so Gegner fehlt auf mittlerem pfad ok ich seh es jetzt erst scheiße Mann haben wir gepennt habt ihr gepennt der broke bei uns im jungle kann das sein ja ja wir uns hier im jungle jetzt ein karten wie nicht so viel er macht unseren jahr betakt oder meint er der port ist weg wenn man hier für den tower vielleicht gehen die geht mir so auf die nüsse junge links kann gegangen werden eigentlich keine ahnung irgendwer hat mich geholtet ich glaube die hat mein oder hier den queen das gemacht haben wir noch zu viel die fiese war langsam am ort rechts mann wir haben meine worten die ganze zeit geklärt ich bin tot glaube ich ich bin doch nicht tot mein gott revenant vorsicht vorsicht äh greystone kack dir nicht ins hemd kack dir nicht ins hemd kack dir nicht ins hemd ich bin greystone jungen was will der mitte was hat den denn da so weggezogen mitte smith mitte smith ok geht ihr noch ne ja ich stehe gleich mit ner ulti über am dach ja alles gut wir wollen erstmal ihn killen jetzt regt jemand nicht so oft du kriegst ja sonst asthma raptor könnten wir machen ja obwohl wenn die moment geht ich komme mal in die mitte ach so fängt schon an ok und hier gibt es ich bin unterwegs bin unterwegs bin unterwegs lass mich mal ein bisschen tanken lass ihn mal ein bisschen tanken hm jetzt tänke ich scheiß schön wie alt das ist gut ich hab noch keine ord danke weg weg raus die mona ich kann mir gleich die schildkarte kaufen aber die schwach von 15 die bitch pusht jetzt hier nochmal rein shoppen gehen growth totem und was ich bin nicht da ich bin mich heilen ok das ist sehr gut oh fuck jetzt kommen hier minions ey fuck 5 ich kann nichts kaufen gescheißdruck oh mitte stirbt ja was geht in einem 6 und meine ulti ne meine ulti ist wieder nicht raus ich muss back kann sein dass mein tower jetzt fällt ich nehme die jetzt mit die tower da alter die mit ist wichtig ja was war hier gerade ja mein tower fällt jetzt ich nehme die schildkarte mit und man noch ein wort ja ja ist wieder ein stein nicht getroffen oh kev mach ihn jawoll die ist doch super low shinbi rotiert in die mitte nein das ist ja ich mache ich durch alter shinbi rotiert in die mitte nein dann geh mal weg hier ja ja ich guck nur grad Hilfe glaub ich. Und wieder? Ah, da war Shinbi und Gideon. Hab ich hier Minions? Komm mach ihn. Ach scheiße. Oh. Blöde Fotze. Lass Mittel gleich angreifen. Ja wir haben 4 Minions im Tower. Mitte ist uns. Wollen wir alles mal Kev helfen hier. Und Brightlane. Lass einfach durchlaufen. Ich hab den Offlane Tower gemacht. Schau mal kurz neue Karte. Oh. Oh. Schöööööön. Tower gestunt. Geil. Von hinten kommt Ref. Oh. Hinter dir. Oh fuck yo. leute wie der toten kopf aussieht links wenn der alt und die one punch und auch tot darum ist dann der fährt dahinten ruf gegangen ist aber bei dem dem ich sturm also es kommt ja sport sind spurzlos er ja auch vorher sagen kann ich wusste es nicht mehr genau auf kauf das hat schon ein bisschen heide nein ich brauche noch ein punkt ein fucking punkt dann gehe ich back ja raptor müssen raptor gucken der sonic hat ja heute sein privatmatch oder mit links ja ich habe den t2 schon angekratzt wird macht ihr ja du so raptor alter jetzt ist vorbei jetzt kommt er weg die mo bin auch gleich da mitte deffen warum feiert ihr jetzt am raptor warum weiß ich nicht raus ich hätte ich keine note sofort wollen sollen ich gehe mal mitte deffen kann nichts mehr machen 1 1 getradet johlers wieder rechts so fieser gedeon läuft ja rum hallo fieser gedeon cool danke so der ist mit safe rip kann sogar weitermachen wenn jemand kommt ja mann holt das auf kulder und wegen dem fall eben und polo alter alter demo ich bin gleich web muss ja ich habe jetzt und die hat den t2 sollte man eigentlich bekommen das und wird schnell kommt ich muss raus ich will nicht sterben kein bock auf fleck naja schöner t2 ich pushe links an und gehe dann weg guck mal recht ich bin nur nicht verrechnen 6 ich wollte erst mal weg 6 7 und ich brauche noch einen punkt 8 8 sehr schön wir können druck machen ich mache links druck auch mana aber jetzt hör du mal auf mit deinem mana immer machst du auto attacks gleich wieder holt die hallo schön liegen hier mitte was ist denn hier los hat für heute mal ein game so schön systematisch spielen habe ich ja seit einem jahr nicht mehr gesehen raptor kommt raptor jetzt mal alle aber raptor kongresson ja guck mal meine leben da der feld recht schnell keine ulti rausholen für raptor jetzt ist eine muriel hier ich habe ab tschüss wir kommen kommen zwei sind links also hier seitdem ja aber den linken und zerlegt mich ja ich bin jetzt mal für den engage okay ja ulti hast du oder ich habe ulti wieder ready aber ich gehe rechts ich gehe rechts ich gehe rechts ich gehe rechts die gravestone geht rechts wo ist ich gravestone achso mein schalter mein astmo ein bisschen in revenants ich achso jetzt geht ihr rechts ja dann geht er weg aus der mitte dann gehe ich jetzt links ja ihr habt ja im griff ja 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 ich komme ich komme ich komme ich kann mal hier du mal ich muss mir kurz meine items angucken ich komme die mo da ich habe doch gesagt geht aus der mitte raus der revenant ist ein bisschen zu greedy ja dann lass ihn sterben dann überlegt er sich das nächste mal ich brauche hilfe mitte leute ich bin geroutet irgendeiner hat ein trapper dabei kann nichts machen hier alleine leute er war nicht sterben okay ich habe voll die ulti in die fresse bekommen ja ich habe gleich die raus alter kannst du mir helfen wieder ein guck dir mal meine leben an jungen hast du keine ulti mehr doch aber ich will doch nicht die ulti jetzt wasten ich gehe doch nicht gegen vier leute guck mal drei leute weißt du was passiert wenn meine ulti geprockt wird denkst du dir dann kill ich noch ein da standen zwei drei guck doch mal murdoch muriel und gedeen ich renne nicht einfach und sterb grundlos kannst vergessen ich pushe links an einfach im tower defen pass auf der murdoch oder irgendwer hat ein trapper dabei oh jetzt habe ich mich verdrückt so bei dem prime warden wir kommen zu mir oh fuck ich dachte ich kann da rein springen oh ey du verbrauchst du viel mana wo ist denn murdoch hin da macht mal druck auf den lanes ich split pushe weil im one-on-one kippt mich keiner ah ok wenn wir raps machen ja die one die gehen ja so gut bestimmt ja collect aber da ist shimmy bei dir vorsichtig cap mit green buff ja macht druck ich kann den inip machen ihr könnt jetzt in überzahl fighten hm ja komm ja die sind gleich in überzahl hier hinter uns muri ja dann verlieren sie in inip sie verlieren jetzt in inip wenn keiner kommt ja macht den inip wenigstens die kern durch alter leute naja gut wir sind an sind inip verloren ist ja schon mal eine gute idee gewesen aber wir waren ja so schnell tot alter aber man macht bisschen druck auf den ort noch ja ja ok die werden jetzt backporten irgendwie ja aber vielleicht kriegst du ihn ne 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 so schnell geht das nicht hier sind sie schon alle ja ich bin geslot ich werde sterben das ist die sterbe trapper trapper ok ja solange sie mit dir beschäftigt sind nur jo lol die haben raps gemacht ne ich bin tot mies hm ah ein punkt fehlt mir 6 2 4 5 mach die minions kev die minions bleib im tower brauch jetzt rechtshilfe oh jo rechts kev komme kev du bist sehr weit vorne warum warum bleib hinter deinem team nicht vor deinem team sehr schön einer muss mitte der für mich spawnen erst in 20 sekunden ja wir müssen eh deffen leute heute auf die zu revenant geht mit der session sehr schön ich geh links jup machen wir half lane slow push wir müssen jetzt mitte und rechts gepusht halten damit wir die raptors besser bekommen ja wäre echt nicht schlecht alter was ne wave ah reverend kriegt eventuell aufs maul gleich doch nicht ich mach jetzt n slow push und komm dann in die mitte obwohl wir haben ja sowieso slow push hier ich hab gold aber fuck ich muss dem revenant helfen lauf grey stone ach ne ist unsichtbar gut hier ist shinbi und aua noch irgendwer können wir den murdoch machen guck mal hm alter geht die in haut mich nicht komm wir pushen mitte ja oder prime oder prime 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 weil wir haben Einen Tod und alle Lanes sind hier pushed. Genau und links müssen sie deffen. Alter, Chrisley erstmal. Direkt ruhig. Danke für die Follower Saeed. Bis Saeed. Alle Mitte? Jo. Boah, der Revenant ist da wieder vorne drin. Ja, der hat wegen geultet. Lass ihm helfen. Ich geh... Ja. Das sind zwei tot. Push Mitte, ich push rechts. Weil sonst läuft rechts gegen uns. Äh, was? Oh, da hat jemand einen DC. Ne. Doch. Wo? Wer? Der Severo gestanden. Ah, jetzt. Ah. Jetzt seh ich's auch. Ich push rechts, macht Mitte. Geht alle Mitte. Na, Minions, go. Ich bims wieder full live. Ich bims wieder full live. Ich hol mir jetzt den Inip. Ich hol mir jetzt den Inip. Was lobt mich hier so? Was seht mit der Shinbiatma? Alter. Das war's. Das war's. Und jetzt erstmal ein Tankdeck bauen, Alter. Das von Final Gaming finde ich ganz gut. Was hast denn du dabei? Der drängender Jäger, Alter? Ich hab nichts anderes drin, da war ein... Standarddeck. Ein Solo-Deck hier. Ah. Okay. Lustig. Lustig. Gut. Ich bedam mich fürs Zuschauen. Danke. Und Daumen nach oben. Stay Pam. Tschüss. Hey. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Dreh dir schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...